Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein spezielles Video für dich, denn im Prinzip ist es ein Video, um Dalton zum Geburtstag zu gratulieren. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Tatsächlich habe ich eben einen Kuchen gebacken, also das ist ein Kuchen, den man backt ohne zu backen, irgendein Cheesecake. Der ist gerade im Kühlschrank und wartet nur drauf, dass er quasi in zweieinhalb Stunden gegessen werden kann. Das wird dann unser Abendbrot. Läuft. Also Feiergeschichten sind am Start. Ja, ich fange von vorne an. Dalton ist ein wundervoller Kooperationspartner von mir, die Meereskosmetik herstellen. Und ich habe den Adventskalender mit euch zusammen öffnen dürfen. Ich bekomme immer wieder Produkte, die ich euch vorstellen kann, die ich reviewen kann, über die ich euch was erzählen darf. Und immer wieder tolle Gutschein-Codes. Und weil ich tatsächlich einiges im Sortiment schon getestet habe, habe ich mir gedacht, dass es doch ganz cool wäre, wenn ich euch mal meine fünf Dalton-Favoriten zeigen würde. Ja, einfach um mal so ein bisschen in dieser ganzen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, Rampampam-Welt, eine klare Linie reinzubringen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das einfach überlegt und deswegen sitze ich hier. Außerdem befinde ich mich quasi gerade, während ihr dieses Video seht, in München. Denn ich wurde auf das 45-jährige Firm-Jubiläum von Dalton eingeladen. Und ja, mega geil, ne? Also folgt mir gerne auf Instagram. Da heiße ich AIDWAGP. Ich klaue da rückwärts und ein P dahinter. Wenn ich es hinkriege, dann werde ich euch auch in der Story mal so ein bisschen mitnehmen. Und ich bin mega aufgeregt, denn ich sitze hier und drehe das Video am Freitag, quasi zwei Tage bevor es losgeht. Und ich bin super aufgeregt. Ohne Witz. Ich bin ja echt kein Reisemensch. Und ich rede so viel, ohne irgendwas zu sagen. Es ist ja Wahnsinn. Level Up Cloudy ist mein Code. Der gibt euch 25% Rabatt vom 10. bis zum 17. Oktober auf das komplette Dalton-Sortiment. Wie immer ausgenommen sind diese ganzen Gutscheingeschichten und Streichpreise, also rabattierten Produkte, ne? Aber schaut da gerne einfach mal vorbei. Vielleicht kann ich euch eine kleine Guideline jetzt eben mit diesem Video mitgeben. Und wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß ganz genau, welche fünf Produkte hier landen werden. Ja, Dalton ist Marinekosmetik. Und ich sage es ja auch immer wieder, das Leben an sich kommt aus dem Meer. Und da du Leben bist und ich Leben bin, kommen wir ja ganz ursprünglich gesehen auch aus dem Meer. Das heißt, alles, was irgendwie mit Meereskosmetik zusammenhängt, ist unserer Bio-Beschaffenheit nachempfunden und dementsprechend hautverträglich, ne? Und ich habe ja eine sehr, sehr, sehr sensible und halt auch trockene Haut. Und da funktioniert nicht alles. Und ja, nebenbei ist Dalton auch tierversuchsfrei. Und das war ein Rhein. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit meinem absoluten Knaller-Lieblingsprodukt, was ihr auch schon hundertmal gesehen habt, gefühlt. Natürlich die Face Care Hydrolift Bio-Zellulose-Maske. Leute, wie oft halte ich die jetzt in die Kamera? Es ist ein grandioses Produkt. Die ist von der Beschaffenheit her so, dass sie sich quasi an deinem Gesicht so ansaugt, so, ne? Also, das macht nicht das Geräusch, aber es fühlt sich so an. Und ich kann damit Staub saugen. Ich kann damit das Haus sauber machen. Ich könnte damit theoretisch Gartenarbeit machen. Aber was sollten denn die Nachbarn denken? Die kennen mich ja schon in allen möglichen Lebenslagen. Genau, die ist einfach klasse. Ich finde die super. Die rutscht nicht vom Gesicht. Die hält einfach bombenfest. Die ist toll. Und die gibt so einen richtigen Feuchtigkeitsbooster für die Haut. Das liegt an dem Hyaluron, was da drin ist. Hyaluron kennen wir persönlich aus unserem Körper. Denn das kommt normalerweise so im Bindegewebe vor. Und das sorgt halt wirklich für eine schöne Feuchtigkeitsregulierung in der Haut. Also, sie spendet Feuchtigkeit. Dadurch, dass sie diese schöne Feuchtigkeitsgeschichte macht, ist sie halt auch noch hier Anti-Aging-Gedönsen unterwegs, was ich super finde. Und das geht so richtig in die Faltentiefe rein. Das heißt, du bekommst dadurch einen nachhaltigen Effekt. Und ja, ich mag sie halt sehr gerne, ne? Und ich verwende die recht häufig. Und ich mag sie einfach sehr gerne. Und deswegen ist sie auf jeden Fall in meinen fünf Favoriten drin enthalten. Die fünf Favoriten, die ich euch zeige, sind übrigens nicht jetzt irgendwie in einem Ranking drin. Die stehen alle auf einer Ebene. Die könnte ich nicht ranken. Das wäre super schwer für mich tatsächlich, da jetzt irgendwie eine Reihenfolge festzulegen. Es war schon schwer genug, mich überhaupt auf nur fünf Produkte festzulegen. Und ja, das ist auch das erste Produkt, was in die Verlosung in diesem Video mit reinwandern wird. Ähm, denn ich finde, dass man das auf jeden Fall mal ausprobiert haben sollte. Als nächstes habe ich noch eine Maske, weil ich ein Masken-Junkie bin. Und zwar ist das die Magical-Effekt-Maske, die wirklich einen magischen Effekt macht. Also die ist mit Hamamelis, die ist duftstofffrei. Und ja, sie macht einerseits einen Detox-Effekt, ist aber gleichzeitig hautberuhigend. Und alles wird so ebenmäßiger und die Elastizität wird gleichzeitig erhöht. Man darf sich nicht erschrecken. Das kann manchmal sein, dass es ein bisschen prickelt. Aber dann merkt man, dass sie dann halt so richtig ihre Wirkung zeigt. Und ja, ich finde die total klasse. Und ich mag sie einfach super gerne. Da ist auch noch Urea mit dabei und Kampa oder so. Ich blende euch das ja immer irgendwie auch mit ein. Ich finde die einfach schön. Ich finde die einfach von ihrem Eigenduft her, was sie ja drin hat, was dann ja wahrscheinlich der Kampa ist oder so. Oder das Hamamelis, keine Ahnung, richtig klasse. Und ich trage mir die mit einem Pinsel auf. Und allein, wenn ich mir die mit dem Pinsel auftrage und die dann auf der Haut drauf ist. Man sieht, man kommt schon fast am Boden an hier. Ist das ein Gefühl der ultimativen Ich-werde-schönen-Geschichte, ne? Und die musst du auch nicht lange drauf lassen. Das sind nur 5 bis 10 Minuten und dann kannst du die direkt schon wieder runter waschen. Und die Haut ist danach so richtig wie weich gezeichnet. Das sieht aus, als hätte ich nachher Photoshop verwendet, wenn ich dann in den Spiegel schaue. Und ich mag die einfach, ne? Dieses Produkt habe ich jetzt leider gerade erst leer gemacht. Und zwar ist das diese Spa Deluxe Körperbutter. Die ist ein Traum, wenn es jetzt so kälter wird, ne? Velvet Body Butter. Oh ja, die ist so reichhaltig. Aber gleichzeitig zieht sie so super toll ein. Die ist mit Shea Butter, Cuoco Butter und ich glaube Mango Butter. Und sie enthält das Schönheitsvitamin, Vitamin E, was für den Zellschutz ist. Das heißt, du hast hier nicht nur eine Feuchtigkeitspflege, sondern auch so ein bisschen Anti-Aging mit dabei. Und ich liebe diesen Tegel. Es ist einfach so dieses geiles Zeug. Und wir haben hier dieses Zellumer Meeresextrakt drin enthalten. Jetzt sieht man da gar nichts. Ich habe euch einen leeren Tegel gezeigt. Läuft bei mir. Auf jeden Fall ist da das Zellumer Meeresextrakt enthalten, was in vielen Produkten von Daltun enthalten ist. Und ich finde, also das ist so, wenn ich zu Hause einfach so ein bisschen einen Spa-Moment haben möchte. Wenn ich, ne? Das habe ich nach dem Duschen halt jeden Tag, dass ich mir eine Stunde nehme, dass ich mir die Stunde auch gönne, dass ich mich pflege, dass ich da einfach ein bisschen mir meinen Körper anschaue. Dann mache ich dann auch zum Beispiel diese ganze, meinen Brustkrebs-Check und so weiter. Das muss man ja auch ab und an mal machen. Einen Tag sollte man sich im Monat nämlich fester für immer vornehmen. Genau, sowas verbinde ich dann auch immer damit. Ich schaue mir meine Muttermale an, um da zu schauen, ob da irgendwas verändert ist und so weiter. Und einfach um diesen Moment von zu Hause, ich beschäftige mich mit meinem Körper, nochmal zu unterstreichen, ist das einfach ein Traum. Es ist jetzt total merkwürdig formuliert, aber es ist ohne Witz. Ich liebe die. Jedes Mal, wenn ich hier ein Tegel von in einem PR-Paket drin habe oder mir die kaufe oder in einem Adventskalender vielleicht ein kleines Prüppchen davon drin habe, genieße ich diesen Moment der Spa-Deluxe-Geschichte. Es dürfte uns aufgefallen sein, wenn man mich dabei beobachtet hat, wie ich den Adventskalender von Dalton geöffnet habe, wie sehr ich diese Ampullen liebe. Und zwar sind das die Caviar-Deluxe-Ampullen. Auch die gehen übrigens in die Verlosung mit rein. Jedenfalls ein Paket mit fünf Ampullen da drin. Hier haben wir drin sowohl die Hyaluronsäure, die ja quasi hautverwandt ist und so weiter. Habe ich euch eben schon was zuerzählt. Als auch natürlich Caviar steht hier drauf. Und das ist so ein bisschen dafür da, um auch wieder Feuchtigkeit zu spenden, diese Bindungsfähigkeit zwischen den einzelnen Zellen wiederherzustellen. Und das kannst du entweder wirklich in einem Stück verwenden, dass du alle fünf Ampullen nach und nach jeden Tag verwendest, um da halt wirklich den Kick ever zu geben. Oder du gönnst dir einfach eine wöchentlich. Ich finde die so angenehm. Die machen eine schöne, schöne Haut. Ich mag das. Das ist so, auch wieder wie gefotoshopt. Es ist genährt und ich fühle mich frisch damit, wenn ich so Trockenheitsfältchen habe oder einfach heftige Nächte hinter mir habe. Das hatte ich ja vor ein paar Wochen echt viel gehabt. Das ist, dass ich viele Nächte quasi durchgemacht habe. Und da hat mir das einfach gut geholfen. Und hier haben wir drin, steht hinten drauf, Muscheln, Meerwasser, Plankton, Algen, Kaviar und Austern. Und das ist einfach mega, ne? Also ich liebe diese Ampullen und ich freue mich sehr, dass ich auch ein Paket davon in die Verlosung mit reingeben kann. Genau, kann ich sehr empfehlen. Ach so, eine Sache muss ich aber zu den Ampullen und generell zu den Ampullensets noch erwähnen. Und zwar haben wir ja diesen Monat so diesen, ich weiß nicht, ist es der Brustkrebsmonat? Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Da wird nochmal aktiv darauf hingewiesen, Leute, bitte achtet... Leute, bitte, genau. Leute, bitte achtet auf euch, achtet auf euren Körper, gegebenenfalls auf Veränderungen, geht zur Vorsorge. Und da wird einfach mehr auf diese ganze Initiative hingewiesen. Und hier wird auch tatsächlich Dalton sehr aktiv, denn mit jedem verkauften Ampullenset wird 1 Euro gespendet an, ich glaube, Brustkrebs e.V. Passend dazu wurden auch neue Ampullensets rausgebracht, die ich selber noch nicht... Doch eigentlich schon, weil die Ampullen hatte ich davon schon, aber es wurden neue Ampullensets rausgebracht, die ich kurz mal hier einwerfen möchte. Und zwar sind das diese zwei Schätzeleins. Wollte ich nur mit auf den Weg gegeben haben. Wie gesagt, auch wenn diese beiden Ampullensets gekauft werden, werden jeweils 1 Euro pro verkauften Set gespendet. Beim letzten Produkt musste ich wirklich überlegen, weil ich habe sowohl in Betracht gezogen die Oyster-Maske, die richtig gut ist, dann diesen Ampullensprüher. Das wäre auch einer gewesen, den ich hier gerne vorgestellt hätte. Nenne ich jetzt aber einfach mal eiskalt. Ich habe mich aber letztendlich für ein Produkt entschieden, was ich, als ich das erste Mal das Produkt da hatte, gar nicht so gut fand. Aber als ich das das zweite Mal da hatte, mega gut finde. Oder fand. Finde. Immer noch. Und zwar ist das das Dermacontrol Clearskin SOS Spot Concentrate. Ja, man mag es kaum glauben. Aber das ist mit Kamper und mit Panthenol. Das heißt, es ist sowohl entzündungshemmend als auch beruhigend. Und das kommt halt raus mit so einer Ampulle. Und da kann man halt das sehr, sehr flüssige Produkt, das ist wie Wasser, entnehmen. Da ist auch nicht mehr viel drin in meinem. Danach brauche ich ein neues auf jeden Fall. Und wenn ich dann Pickel habe, Unreinheiten habe, rund um meine Erdbeerwoche drumherum, gebe ich mir das halt einfach direkt nach, dem Toner auf das Gesicht, batsche das so fest und gebe dann meine ganz normale Pflege drüber. Ich habe einfach gemerkt, dass es wirklich bei mir was wirkt, dass die Pickel ausgetrocknet werden oder eben die Entzündungen zurückgehen und das wirklich schneller geschieht, als wenn ich es nicht verwenden würde. Anfangs dachte ich erst, was soll ich denn damit? Aber da habe ich, glaube ich, noch die Pille genommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Mittlerweile ist es aber echt so ein Ding, was ich nicht mehr missen möchte, weil immer wenn ich so, gerade so im Mundbereich kriege ich das viel durch die Masken, das ist mein Helfer. Das hilft mir so, so gut und ich mag das so gerne und kann das einfach nur empfehlen und deswegen ist es in meinem Top 5 auf jeden Fall verdient vertreten. Und noch einmal von Herzen Happy Birthday an das komplette Dalton-Team, an die mega coolen Leute, an die wundervolle Denise. Ich freue mich so, dich selber persönlich kennenzulernen. Ich bin so aufgeregt. Das ist meine Betreuerin dort, kann man das da sagen? Ich weiß es nicht. Meine Influencer-Lady da. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wie ein kleines Kind das ganze Team einfach kennenlernen zu dürfen. Auch die liebe Amelie in Love wird dort vertreten sein. Also wir werden uns dort auch in Persona kennenlernen. Das wird auch mega cool. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich. Und vielen, vielen Dank auch tatsächlich an euch da draußen. Denn ihr macht überhaupt diese Kooperationsmöglichkeit möglich. Würde es euch nicht geben, würde es mich hier nicht geben. Dann hätte ich auch nicht diese Möglichkeiten, diese geilen Kooperationen einzugehen. Und ja, ne? Das ist eine Win-Win-Situation hier auf diesem Kanal. Ja, das waren meine fünf Favoriten, absoluten Must-Have-Produkte von Dalton, die man einfach mal getestet haben muss. Denkt auf jeden Fall an meinen Gutscheincode mit 25%. Level Up Claudi. Der gibt euch vom 10. bis zum 17. Oktober 25%. Das ist hammermäßig viel. Finde ich echt klasse. Und ich bedanke mich von Herzen bei Dalton. Ja, ne? Und dass das eine deutsche Firma ist, davon werde ich mich jetzt gerade quasi selber überzeugen. Denn ich bin dann ja gerade in München bei Dalton. Ich freue mich wie Bolle. Und ihr Lieben, denkt auf jeden Fall dran. Code, Verlosung, Rampampam. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Claudi-Testet-Alles-Videos. Ja, hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, lasst mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!